ja ich bin jetzt bei den Schorn aber jetzt so und ich sehe dich nach vorne rechts von dir, ich glaube hier was fällt mich nicht? ach da du bist der erste Spieler den ich hier treffe, der friendly ist ja so vielleicht gibt es einfach nur Gold oder sowas kann man in der Traderzone auch eintauschen so oh, ich fand du bald an eine Base oder so ja wo denn? die Holzscheune hier ach ja ich habe eine Sprengerung dabei, wenn wir die bei der Luft jagen ja, wir können ja gleich mal versuchen wie viel so eine Cinderblockwand aushält ja aber die Mission soll doch hier angeblich sein ja, ich sehe auch nichts doch auf 50 Meter ran, Alter, das ist ein bisschen wahnsinnig oh, ja hier ist gar nichts boah da sind die Spieler, scheiße direkt direkt da da Straße fuck it weg hier oh oh ich sehe sie Feuerfreitl einer noch im Wald ich sehe sie rennen nach links, unten weg weg irgendwie ah, da rennen wir wo rennt der? folge mir wir will nicht sterben ah, jetzt ist sie tot gut das war ja easy, ne? ja, das war's drei Bordseite hier wahrscheinlich hier oben loten Frage ist, gibt's nur die drei Bordseite oder gibt's hier noch irgendwo in der Kiste? tja, das ist die Frage ah, Tell, pass auf, hier ist ein rotes Auto an meiner Position ich vermute hier ist Kontakt ich vermute hier ist Kontakt ja, Spieler wo? meine Position äh, Nord-West über die Straße grad gerannt in nach Richtung Norden ich nehme eine Verfolgung auf ich nehme eine Verfolgung auf ja, ich sehe ihn da unten hat ein Gideon genau wir hätten noch weiter nach Norden da war so eine weiße Kuppel, oder da ist so eine weiße Kuppel da unten ist das ein Trader? ja das ist ein Trader, ja mit Safestone also ja, ja da ist Safestone er hat die übelste Sniper-Red hast du noch Blickkontakt? hatte ich gerade, der Red-Red hat nach Norden durch die Tannen durch ja, ich bin dann auf den, auf den Fersen ich sehe den jetzt aber auch ja ey, das ist eben kurz stehen geblieben, glaube ich ist auch ein Gideon mit einer dicken Sniper Alter, da unten ist ein richtig Bandit-Dorf soll ich mal gucken? okay, schlüsste soll ich mal gucken, ob die offen ist? was denn? darf man hier fahren, darf man, ah ne, das ist Trader sondern darf man keine Fahrzeuge klauen, oder? doch, doch darfste darf man? ja, wenn die die nicht abschließen und zu blöd dafür sind, dann darfst du klauen oh, jetzt habe ich es auch gehört jetzt stelle ich mal oben, ich zitter die auch auf dem hält in so'n Busch ach gut ich rück nämlich jetzt weiter da runter ja, da kommt ein Paket runter der wird jetzt da hingehen rück am besten auch vor zu mir was denn? Airdrop? ja, Airdrop also, weil ihr die Mission da gemacht habt ja, da unten ist der Spieler mal ab ah, der ist hinter der Kiste ich habe keinen Scope, ne kommt eh hier hoch der muss zu seinem Auto der steht an der Straße sonst passiert nicht an der Straße beim Auto dahin das Auto der Straße, ja, aber wo? rotes Auto ist halt, jetzt sieht man direkt ich muss meinen Nachkampfkorb umschalten hast du Kontakt? ja, ja, ja ich auch rot, der Auto fährt weg ich habe es beschossen pack ich habe da nicht gesehen, weil er das unter die Bäume geparkt hat gut, da ist noch ein zweiter Spieler da ja zwischen Norden das Auto fällt gerade weg ich komme wahrscheinlich gerade zum kommt wahrscheinlich gleich zum Mission das Auto ah, es hat Richtung Mission gefahren ja, ähm, ja bei uns aber schiebe auch wieder rüber zwischen er ist tot einer ist tot schab einen ok weg Positionswechsel das war der Ghillie-Typ ist aber noch ein anderer Spieler hier ein Spieler ist noch da wir hatten beide Ghillies ein, ich weiß war das der aus dem Auto, Red, oder war das der andere? war der aus dem Auto, das ist ja gerade hingefahren da ist das rote Auto da liegen auch mehrere tote Spieler rum das waren wahrscheinlich die Bots von vorhin ja, wahrscheinlich oh, Schüsse ich? auf mich, ja, ja, bin tot fuck, nicht respawnen hast du, was hast du für einen Anzug? ähm ähm Arbeiter overall Arbeiter overall Arbeiter overall oh fuck, ich werde beschossen das erinnert mich so richtig an taktisches Vorgehen hier man kann von Push zu Push vor und da, Spieler, Spieler das sind Zombie ne, da war doch ein Spieler gewesen ah ja, das ist ein Spieler ist das, bist das du Hotel? hier so ein Lagerhalle drin das ist ein Spieler warte warte, nicht abknallen hey man ich hab knallt hallo, mein Freund ah, what are you doing here? wir reden grad mit dem ah, nice I go to school, right behind me I go to school, right behind me 20 mit Lapua munition ok ups das war ein bisschen täglich ey, wir lassen den nicht laufen, oder? neben den Gefangenen sagt er sollen die singen wenn du eine Waffe findest du ihn wird tot, weil ich sag's dir ja ein Fernglas hat er schon mal ich will dich nur vorwarneln, ne? wenn du dein Leben lassen willst jaja, guck mal mal lass den Go-Card ha, du Willen? kann er da hinsteigen ja, aber das DLC nicht hast wahrscheinlich drück mal G G kannst dann anlocken und dann? hier ist das doch, oder nicht? ja, wir haben auf G gelegt so man kannst als Fahrer einsteigen, wenn du die DLC hast dann stehendes ah, ein Suf ein Suf ein Suf habt ihr? ja ja, ist vorgedankt und heile ja, dann gib ihm fahr das Ding aber nicht gegen den Baum, ne? mit Steuerung ist ein bisschen anders und nicht zu schnell, das ist auch wichtig Licht ist du aber, oder? ja Licht brauchen wir auch, ne? das Moped, das lässt sich komisch steuern, finde ich ist da was drin in dem Suf? ne ne, Licht schaut mal aus ja, ist zu auffällig, ne? hast du noch ein Reparatur-Kit dabei? ne ne ich habe das ein paar ha 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 du siehst schon wie schnell aus wie von A2 ja das ist auch das ist auch Alter, schwelle da aber das ist halt ein BMW, alter ja wo müssen wir denn enden? oh da 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 ja ja he ha ich muss sie doch kaputt ja, ja so schnell geht der kaputt ja klar der Regen ist aber abartig Boah neiiiin Prozent Prozent das auch recht zweiter wir haben vielleicht ihre gut dann müssen wir hier mal gucken da Auto rechts verweigert du Willen aber ein Was ist der Snipe? Jo. Aargh! Schieger! Kann ich dich mal? Bis zum nächsten Mal.